Loot-Shooter, aber kein Service-Spiel. Das ist die Prämisse, unter der Outriders vorgestellt wurde, so dass es ebenso an Destiny und The Division erinnert, wie an Borderlands 3 und natürlich Gears of War. Denn tatsächlich hat sich People Can Fly den namhaften Deckungs-Shooter zum Vorbild genommen und zu einem Spiel erweitert, dessen Rasanz und Beute-Ausschüttung an Destiny erinnert. Typisch Science-Fiction. Die Erde ist mal wieder unbewohnbar, also flüchtet die Menschheit per Kolonieschiff, diesmal auf dem Planeten Enoch. Doch ganz reibungslos verläuft der Umzug natürlich nicht, weshalb das alter Ego mal eben gut 30 Jahre im Tiefschlaf verbringt, um in einer vom Krieg zerfressenen Welt wieder aufzuwachen. Zum Glück bekam man eine Art magische Kraft spendiert, mit der man je nach Klasse giftspeiende Geschütztürme aufs Schlachtfeld wirft, eine Art Vulkan ausbrechen lässt, im tosenden Nahkampf hütet oder gar die Zeit verlangsamt. Lasst euch vom Äußeren nicht täuschen, Outriders ist kein Deckungsshooter wie The Division 2 oder Gears of War. Es lebt vielmehr von einem sehr schnellen und brachialen Schlagabtausch, in dem Deckung nur zum kurzen Luftholen dient. Ganze Gewehrsalven stehen dann in einer Zeitblase fast komplett still und schwache Gegnergruppen platzen mit einem Schlag auseinander, während Elite-Gegner brennen, bluten, vereist sind oder vergiftet und noch dazu in die Luft gehoben werden. Hinzu kommen Explosionen und weitere Gemeinheiten, die man mit Schrotflinte, MG oder Sturmgewehr auslöst. Spätestens dann, wenn man zu dritt kooperativ unterwegs ist und neben allen Fähigkeiten auch starke Mods freigeschaltet hat, erlebt man hier ein regelrechtes Effektgewitter. Immerhin findet man nicht nur ständig Rüstungsteile und Waffen, sondern bestückt diese auch mit Modifikationen, von denen viele die mächtigen Fähigkeiten erweitern, indem sie zum Beispiel den Bereichsschaden der Eruption vergrößern oder dem angerichteten Schaden einen Statuseffekt hinzufügen. Viele Mods ergänzen sich dabei untereinander oder stärken die Outrider-Fähigkeiten, sodass man die jeweils aktuelle taktische Einstellung drastisch verbessern kann. Hinzu kommt, dass man die drei aktiven Fähigkeiten aus insgesamt acht auswählt und seinen Kämpfer auf sehr vielseitige Art entwickelt. Immerhin arbeitet man mit jedem Charakter zwar auf eine von drei Spezialisierungen hin, darf sich auf den weit verzweigten Entwicklungsbäumen aber frei bewegen und damit individuelle Kämpfer erstellen. Ärgerlich ist nur, dass man die aufwändigen Builds nicht speichern und Ausrüstungsteile nicht mit Mitspielern teilen darf. Aber das gemeinsame Erleben steht hier ohnehin weniger stark im Vordergrund, als es manchen lieb sein dürfte, denn im Grunde machen alle stets platt, was er oder sie eben platt bekommt. Was auch daran liegt, dass die meisten der relativ überschaubaren Arenen an Monotonie kaum zu überbieten sind. Obwohl es nämlich zwei Arten davon gibt, unterscheiden sich Arenen gleicher Art kaum voneinander. Zum Glück bieten wenigstens die Angreifer mehr, so dass man stets in Bewegung bleiben und sich gleichzeitig um gefährliche Fernkämpfer oder bullige Kugelschwämme kümmern muss. Wären letztere nur nicht ganz so zäh und würden stattdessen stärker austeilen. Viel zu oft kommt es nämlich vor, dass man minutenlang vor einem Elitegegner oder einem Boss steht und einfach nur drauf hält. Denkt euch etliche schwächere Gegner dazu, die ihre Position selbst dann nicht verlassen, wenn man in aller Ruhe einen Boss in aller Ruhe am anderen Ende ihrer Arena behakt. Oder mächtige Fähigkeiten, die durch dicke Wände hindurch ausgelöst werden und damit einen frustrierenden Tod bedeuten können. Gut, besonders in den offenen, von Enox Fauna bevölkerten Arenen gibt es durchaus Feinde, die den Outriders unablässig hinterher sprinten, sodass man wie ein angestochenes Meerschweinchen umher sprintet, bis die Waffe geladen oder die Fähigkeiten wieder verfügbar sind. Ist dann noch ein Boss im Spiel, der ständig mächtige Angriffe fährt, macht es geradezu gigantisch großen Spaß, diese eine kurze Lücke zu finden, in der man mal kurz zum Zug kommt, bevor man erneut die Beine in die Hand nimmt. Es wird nicht besser, wenn manche solcher Kämpfe auch noch in ausgesprochenen enge Arenen stattfinden. Nein, ein Preis gewinnt diese verkorkste Mischung aus Panik-Sprint und Einschlafballern wahrlich nicht. Eine Besonderheit ist natürlich, dass man Gesundheit regeneriert, indem man auf bestimmte Art Schaden anrichtet. Assassine und Verwüster müssen dafür nah an ihre Gegner heran. Der Technomancer regeneriert einfach einen Teil des ausgeteilten Schadens und Pyromancer heilen sich, indem sie Feinde in Brand setzen. Jede Klasse, wie es zu ihren Fähigkeiten passt. Ähnlich wie in Doom wird man also dazu gezwungen, offensiv zu spielen. Doch im Gegensatz zum Vorbild muss hier keine spezifische Aktion zum richtigen Zeitpunkt gelingen. Man wird lediglich nur noch stärker dazu getrieben, direkt vor den Feinden herumzulaufen und einfach sämtliche Angriffsmöglichkeiten zu spammen. Zu allem Überfluss fühlen sich die Waffen außerdem zu leicht an, denn anstatt mit abrupter Wucht in die virtuelle Schulter zu drücken, schwingt der Rückstoß relativ gleichförmig in alle Richtungen. Das ist besonders in den Versionen für Playstation 4 und Xbox One ein Problem, die mit maximal 30 Bildern pro Sekunde laufen, was einem rasanten Shooter wie diesem einfach nicht gerecht wird. Schade auch, dass die Welt nur aus überraschend kleinen und durch Ladezeiten getrennten Arealen besteht. Nicht einmal die teils winzigen Abstecher der Nebenmissionen haben dort hineingepasst, weshalb man ständig Resident Evil Gedächtnisfilmszenen anschaut, bevor es endlich weitergeht. Hat man den grafisch furchtbaren Einstieg erstmal hinter sich gebracht, sehen manche Panoramen dafür klasse aus. Technisch reißt Outriders keine Bäume aus, zumal es einen Großteil der Rechenkraft vermutlich für das Darstellen des Effektgewitters benötigt. Viele Umgebungen sind aber durchaus beeindruckend, leider gibt es in ihnen nur absolut nichts zu entdecken. Stattdessen rennt man alle klar erkennbaren Winkel ab, um Ressourcen aufzubauen und Beutekisten zu öffnen. Gut versteckte Geheimnisse oder interessante Interaktionen mit der Umgebung sucht man dabei vergebens. Störend sind außerdem Fehler, die den Fortschritt betreffen, denn wer Pech hat, darf schon mal Teile der letzten Mission von vorn beginnen, nachdem sie oder er die Partie eines Freundes verlassen hat. Zweimal ist uns das am Test passiert und auch manche Nebenmissionen mussten wir wiederholen, obwohl sie schon als abgeschlossen eingetragen war. Dass Outriders immer dann kurzfristig unterhaltsam ist, wenn es mächtig blitzt und donnert, macht sich spätestens nach Abschluss der Kampagne bemerkbar, wo man in sogenannte Expedition kurze Einsätze gegen die Zeit angeht. Man sammelt dort besonders gute Ausrüstung, um verbleibende Mods freizuschalten und die eigene Spezialisierung zu perfektionieren. Allzu ungewöhnliche Gegenstände findet man hier allerdings nicht und auch das Erspielen mäßig interessanter Rüstungssets ist kein großer Anreiz, um die immer gleichen Missionen wieder und wieder zu starten. Und noch eine Schwäche muss dringend erwähnt sein, denn die Erzählung wird den Ansprüchen an hochwertige Unterhaltung kaum gerecht. Dabei ist die Handlung im Ansatz ganz gut gedacht, würde es doch nicht nur so wirken, als hätten Teenager ein paar Phrasen und Klischees aus Actionfilmen aneinandergereiht, um mit bierernster Miene peinliche Dialoge vorzutragen, bei denen man oft sprachlos vorm Fernseher sitzt. Wenn man gleich nach der Ankunft auf dem neuen Planeten keine Erklärung der Umstände, sondern einen Anschiss dafür erhält, dass man gerade 30 Jahre Tiefschlaf gehalten hat, von derselben Person, die einen eingefroren hat, ist das jedenfalls ein denkbar schlechter Einstieg. Und auf diesem Niveau geht es dann weiter. Eine letzte Schwachstelle ergibt sich schließlich aus der zum Zeitpunkt des Tests noch immer sehr fehleranfälligen Verbindung zu anderen Spielern bzw. den Servern von Square Enix. Denn wer nach einer Wartezeit überhaupt ins Spiel kommt, muss damit rechnen, aus kooperativen Partien und sogar dem Spiel gekickt zu werden. Das hat sich inzwischen zwar gebessert, noch treten die Fehler allerdings auf und stören das Erlebnis. Wie gesagt, das macht schon Laune, wenn große und kleine Gegner unter Statuseffekten, Explosionen und Gewehrsalven dahin schmelzen. Nicht die Waffen, sondern die starken Fähigkeiten sind hier die Stars. Das vielseitige Einstellen von Mods und Charakterwerten ist deshalb angenehm motivierend. Leider versagt die Motivation allerdings in einem Shooter, der Abwechslung ausgesprochen kleinschreibt und in dem sich ausgerechnet das Schießen ebenso ungenau wie kraftlos anfühlt. Nicht zuletzt ist es ungemeiner müden, minutenlang vor einem Kugelschwamm zu stehen. Hinzu kommen stark fragmentierte, spielerisch fast komplett uninteressante Levelschläuche sowie eine Erzählung, die sich in pubertären Peinlichkeiten und einer katastrophalen Charakterzeichnung erschöpft. Unterm Strich bleibt deshalb leider die Enttäuschung über einen in Ansätzen interessantes, alles in allem aber furchtbar unausgereiftes Spiel. Untertitelung des ZDF, 2020